Hey, kommst du? Gib mir ne Sekunde. Wegen eines Schmetterlings? Ja, sieh mal. Weißt du, wie ein Schmetterling entsteht? Wie durch ein kleines Wunder? Stimmt. Wenn die Larve überlebt, viele tun das nicht, dann verändert sie sich. Die kleine Lüferpuppe, den Kokon zerstört und verwandelt sie sich, ändert ihre Farbe und Gestalt, bekommt Flügel, Krallen. Sie befreit sich aus ihrem Käfig und dann ist sie verwandelt und wunderschön. Du hättest nicht kommen sollen. Spar dir die Worte, J.D. Die da, die kommt ganz nach ihrer Mutter. Tut sie wirklich? Tu ich wirklich. Früher haben wir Chorsiedlungen beschützt. Jetzt überfallen wir eine. Ironisch, oder? Eigentlich nicht. Noncons begehen halt Überfälle. Bis ihr zwei aufgetaucht seid. Und jetzt? Langweilig. Lieber langweilig als tot, alter Mann. Gibt's da einen Unterschied? Kein Alarm. Herzlichen Dank. Langweilig wird uns sicher nicht. Aber das mit dem Sterben... Das ist nicht der Sicherheitsalarm. Oh, schau für eine Sturmfront. Wir können uns in der Siedlung verschanzen. Alle zum Wagen. Los! Fusik! Fusik! Schneller! Der Wald schließt sich! Kann schon, kann schon, kann schon! Oskar, schneller! Wir müssen es da durchschaffen! Wir sind los. Rucker! Wir müssen in die Fiedlung rein! Ich lass den Hübschen nicht zurück! Los! Der Wind leist alles in Stücke! Verdammt! Der Winddamm ist zu! Was machen wir jetzt? Wir sollten zu diesem Kran! Mist! Wir müssen über den Zaun drüber! Und wie? Hier ist kein Tor! Da müssen wir ihn einreißen! Was? Hat geklappt! Und jetzt zum Kran! Los! 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 Ein gemischt Gewitter! Lass uns nicht davon erwischen! Hier sollten wir sicher sein! Ah ja? Wie sicher ist sicher? Nicht sofort tot! Entschmutz! Auf der Scheiße! Entschmutz! Hey, da habe ich fertig.